Da hau ich jetzt erstmal nen Pfeil rein Boah, die Prefire Schüsse, ich hab... Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Niemals ist das... Niemals ist das alles passiert! Niemals ist das alles passiert! Niemals ist das alles passiert! Clip den Shit! Niemals! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute! Heute gibt es ein Black Ops 4 Video! Und nein, es ist nicht ein gewöhnliches Black Ops 4 Video! Und zwar habe ich ein Instagram bestimmt meine Klasse Video hier aufgenommen für euch! Es ist sehr sehr geil, was dabei rumgekommen ist! Und zwar habe ich euch nämlich zuerst diese Frage hier gestellt! Also Leute, die erste Frage ist, soll ich lieber die Schwertfisch spielen? Oder soll ich die ICR spielen? Also wählt das hier mal aus, dann wissen wir schon mal welche Klasse wir nehmen! Da war mir natürlich schon fast klar, was da für ein Ergebnis bei rumkommen wird! Weil ich nehme mal an, ihr wisst alle, dass ihr mich mit einer Burstwaffe spielen sehen wollt! Und dann habe ich nämlich diese Story hier gepostet! So, ihr habt euch für die Schwertfisch entschieden! Und da ich euch jetzt nicht zuspammen will, will ich jetzt hier noch ein, zwei Sachen von euch wissen! Und zwar einmal soll ich Stimshot oder Comsec Gerät nehmen! Also entweder auf Streaks gehen oder einfach Stimshot ganz normal! Einmal bitte abstimmen! Als letztes habe ich euch dann noch gefragt, welchen Specialist ich in diesem Video spielen sollte! Und da kam auch was ganz Nettes bei rum! Deswegen habe ich gleich richtig Bock zu zocken! Gehört euch jetzt noch diese Story und dann geht es richtig los! Ich habe euch auf jeden Fall einmal für Stimshot entschieden! Und ich habe gesehen, dass ihr euch auf jeden Fall hier für den Outrider oder den Crash entschieden habt! Dann nehme ich auf jeden Fall den Outrider, weil das ist ein bisschen spannender! Da können wir ein bisschen was rumschießen! Habe ich Bock drauf! Let's go! Wenn ihr auf jeden Fall wollt, dass ich solche Videos öfter mache, dann schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, Leute! Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben für das Video da! Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen! Und lasst ein Abo für den Kanal! Dafür, falls ihr noch gerne abonniertes Kanal seid! Und aktiviert auf jeden Fall die Glocke, Leute! Jetzt geht es richtig los! Wir müssen jetzt hier gleich noch den Outrider im Game wählen! Die Klasse werde ich mir jetzt hier noch kurz fertig stellen! Stimshot und Schwertfisch habe ich euch ja gefragt! Ich wollte euch nicht komplett zuspammen mit Visier, Aufsatz, Perks, Pipapo! Das wäre einfach viel zu viel gespammen gewesen! Das heißt, diese Sachen suche ich mir einfach selber aus! Und dann geht es richtig ab! So! Ich habe mich jetzt für folgende Klasse entschieden! Und zwar werde ich die Schwertfisch mit Reflex schnell ziehen, Hybrid-Mager ziehen und einem langen Lauf spielen! Stim-Injektion habt ihr natürlich ausgewählt! Dann werde ich noch Plünderer und Taktik-Maske spielen! Normalerweise würde ich keinen Plünderer spielen, weil ich ja normalerweise Crash spiele! Aber da wir jetzt Outrider zocken, brauche ich auf jeden Fall Plünderer und Taktik-Maske ist das Allerwichtigste! Deswegen würde ich sagen, ab dafür! Let's go! Das sind unsere Streaks, wir heute spielen! Drohne, Kotter, Drohne! Drohngeschwader! Sozusagen ab und scan! Let's go! Oh! Die Runde geht tatsächlich gerade erst los! Das heißt, wir können hier noch komplett in die Action jumpen! Mal sehen, was wir in dieser Runde hier so finden, Leute! Und eine wichtige Sache! Wenn ihr natürlich auch mal sowas mitmachen wollt! Wenn ihr mal so eine Frage beantworten wollt und damit bestimmen könnt, welche Klasse ich nehme! Dann müsst ihr mir natürlich auf Instagram folgen! Dominik.Raptor ist hier auch eingeblendet! Gönnt euch das auf jeden Fall, Leute! Schaut vorbei! Die geilsten Storys! Die heftigsten Storys! Ihr könnt auch da immer meinen Hamster sehen, wie er abgeht, wie er leibt und lebt, Digga! Ehrenmann! Ehrenmann! Gut, jetzt muss ich anders vorsichtig sein! Oh ja! Genau richtig! Genau richtig gespielt, Dominik! Genau richtig! Genau so muss das sein! Ja! Ja! So muss man die Schwertfell spielen! Genau so! Oh nein! Jetzt kommt ein Elektroauto! Das ist scheiße! Huh! Drohngeschwader ist am Start! Ich glaube, das war das leichteste Drohngeschwader, was ich je erspielt habe! Das ging, glaube ich, noch nie so schnell! Wir müssen natürlich ein bisschen head glitchen, ein bisschen up aimen! Das ist mit der Waffe einfach, das ist mit der Waffe einfach normal! So, jetzt einfach prefiren! Zack! Da haben wir nochmal zwei! Da wird aber noch jemand kommen! Oh nein! Die sind wieder auf der anderen Seite gespawnt! Oh! Jetzt ist es natürlich ein bisschen unlucky hier! Für unseren Specialist! Aber egal! Ich glaube, wir kriegen hier noch was! Nein! Komplett veraimt! Komplett veraimt! Egal! Da noch eine Kugel rein! Noch eine vielleicht! Ne, der steht hier in der linken Ecke! Den holen wir uns so! Okay! Den holen wir uns auch noch so! Alter Falter! Wir haben gleich das nächste Drohngeschwader! Was geht denn hier ab? Holy shit, Leute! Da habt ihr euch für was richtig Gutes entschieden hier mit der Schwertfisch! Heftig! Zu heftig! Okay! Jetzt hier einfach hinter die laufen! Nein! Oh! Oh! Let's go! Ey, wenn wir jetzt noch ein drittes Mal in Folge Drohngeschwader bekommen, dann ist aber auch hier komplett vorbei, ne? Oh, das ist... Eieieieiei! Mit dem Wallbang und so, das ist, glaube ich, ein bisschen too much hier! Huh! Wie diese Runde hier schon wieder losgeht, ist ja schon nicht mehr normal! Ja! Ah! Unnach... Unnachgiebig! Was? Warte mal! Andere Seite! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Nuklear! Niemals! 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 Niemals ist das passiert! Was?! Das ist meine erste Runde an diesem Tag! Das ist meine erste Runde an diesem Tag! Das ist meine erste Runde an diesem Tag! 44-0 Nuklear mit der Abonnenten-Klasse! Oh mein Gott! Das glaub... Alter! Das kann mir doch keinem Mensch glauben! Holy shit, Alter! Holy shit! Let's go! Alter Falter! Niemals, Mann! Niemals! Niemals! Alter, das ist ehrlich zu krass! Das ist zu krass! Das ist zu krass! Die schöne Schwertfisch hier! Einfach eine Nuklear! Einfach eine Nuklear! Einfach eine Nuklear! Vorbei! Vorbei! Leute, das kann... Also das kann wirklich nicht sein! Das war meine erste Runde, die ich gerade gespielt habe! Ich habe einfach drauf losgezeugt! Ich habe eine Nuklear gemacht! Ich habe einfach eine Nuklear mit der gediegenen Schwertfisch-Klasse gemacht! Heilige Scheiße, Leute! Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür schon mal da! Zu krass! Zu krass, was hier passiert ist! Bauikopé! 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 Grünes Licht! Gehen wir an die Arbeit! Eieieiei! Nach der Runde eben! Eieieiei! Also besser! Es ist... Es geht ja nicht besser! Es kann ja nicht besser laufen! Was soll besser sein, ne? Was soll besser sein? Als jetzt noch so ein schöner Start hier! Let's go! Oh! Alter, er braucht ja 80 Jahre um zu challengen! Was denn da los? Hallo! Achso, ich habe jetzt die einzigen Kids aus unserem Team bis jetzt, oder was? Oh! Oh! Ich habe auch nie so Schiss gehabt! Ich habe auch nie so Schiss gehabt! Alter Vater! Okay! Let's go! Lol! Er spielt... Nein! Er spielt eine Shotgun! Digga! Kannst nicht machen! Okay! Wir können schon ein bisschen aggressiver spielen, als das Upgame, was ich gerade gemacht habe! Das... Okay! Drei Leute haben wir hier geholt! Oh! Da wird getubed! Es geht nur damit! 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 Beide nicht tot?! Was?! Auf die Nähe! Der Explosionsschaden in dem Game hier war doch besser als im BO3 mit dem Teil! Hä? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich merke schon! Ich muss komplett alleine spielen! Leute! Das wird jetzt richtig actionreich! Wenn ich hier was reißen will, muss ich komplett alles alleine machen! Okay! Komm! Das Ding hauen wir hier hoch! Ich will eigentlich nur hier durchkommen! Ich will nur hier durchkommen! Jaja! Weil von hier kann ich eventuell etwas machen! Nein! 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 Face Cosmics Digga! Du spielst Shotgun! Mit Profit! Und schmeißt mit Sucherminen um dich! Digga! Du bist einfach schlecht! Ein... Einfach schlecht! Ganz einfach! Ganz einfach schlecht! Wir können das definitiv noch gewinnen hier! Für unser Team! Wir können das aber ganz definitiv hier gewinnen! Ey! Die haben die ganze Zeit Drohnen! Ich habe nicht eine Drohne! Ich habe nichts! Ich habe gar nichts! Weil die einfach das ganze Game hier kontrollieren! Was soll ich denn tun? Alter! Was machen meine Mates? Was macht ihr? Och ne! Och ne! Och ne! Alter ist ja schlecht! Jetzt noch hinter... Ja Leute! Da kann man mal ganz gut den Kontrast sehen von den Runden! Also eine Runde Nuklear! Nächste Runde sowas! Also es ist echt... Eieieieieiei! Eieieieieiei! So ist es eigentlich ganz gut. Okay, ich habe gesehen, dass da jemand drinsteht. Der pusht hier. Oh mein Gott, ich bin so One-Shot. Oh mein Gott. Hilfe. Killing Teammates. Ich brauche die Muni-Pakete. Ich nehme mal kurz hier noch die Dings mit. Muni-Pakete habe ich aber. Okay, okay, ich habe das Drohengeschwader noch bekommen. Alter, die Dingsbums. Das Ding vom Outrider von mir war so gut gesetzt. Das war so gut gesetzt. Ich habe einfach alles da gesehen. Ich habe alles perfekt gesehen. Das war echt gut gemacht. Das war echt richtig gut gemacht. Nein, oh Gott. Das schießt in seinen Stacheldraht. Wirklich? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Holy shit. Ich glaube, die spawnen hier unten. Ich glaube, die spawnen hier unten. Ja. Zwei Pfeile habe ich noch. Okay, okay. Zeit ist vorbei. Alter. Das war nochmal richtig köstlich. Leute, danke, dass ihr euch für die Schwertfische entschieden habt. auf Instagram. Holy moly. Erstmal den, der mich challenge holen. Jetzt haben wir nämlich nochmal einen Drohengeschwader. Drohengeschwader, die Bubbi, die Bubbi, die Bubbi. Zack, den auch. Oh, schade, schade, schade. Egal, 25, 4. Läuft. Läuft, 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 läuft. Und dann holen wir uns auch noch den letzten. Let's go. 7400 Schaden, 49 Kids. Geil. Richtig knackige Runden hier mit der Klasse, Leute. Ich werde sowas demnächst auf jeden Fall öfter auf Instagram machen. Ich will mehr Instagram integrieren. Da habe ich einfach mega, mega Bock drauf, Leute. Checkt also Instagram ab. Lasst dann ein Follow da. Dominik rappt da. Ihr seht es hier auch nochmal eingewendet. Leute, Kuss auf die Nuss. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen Kommentar. Lasst ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.